ihr kennt dieses bild wahrscheinlich schaut mal ich bin gerade hier mit dem eiko unterwegs einem rund aus der hundetagesstätte und der eiko zieht an der leine dieses bild beobachte ich schon seit vielen jahrzehnten ich bin selber auch schon so spazieren gegangen und gerade tue ich das jetzt auch aber nur für euch damit ihr mal sehen wie es aussieht wenn man mit seinem hund oder der hund mit einem unterwegs ist also dieses reißen und ziehen und dieses zerren es extrem anstrengend aber wie bekomme ich es hin dass der hund leinenführig wird euch ist es sicherlich schon aufgefallen eiko trägt ein halsband wenn ein hund so zieht sollte er mit geschirr und halsband versehen werden ich gehe jetzt hin und werde mit ihm ein stück weit trainieren dass er nicht mehr an der leine zieht ob er das jetzt gerade schon verstanden hat habt ihr gesehen er so mich rumgelaufen hat gesagt du willst jetzt mit mir was machen also ich bin dabei das ist jetzt spannend oder ich bin ja der meinung dass wir unsere energie auf unseren hund übertragen können im besten fall natürlich unsere gute energie wenn wir gestresst sind übertragen wir den stress auf den hund sind wir entspannt und ausgeglichen wird sich der hund auch dementsprechend uns anpassen ich schicke jetzt mal nach draußen dass ich etwas mehr ruhe in eiko reinbringen möchte er ist sehr sehr neugierig auf den kameramann paul aber als allererstes möchte ich mit dem hund nicht in das training sprich in die erziehung gehen sondern in die beziehung ich baue eine beziehung auf indem ich den hund vermittel dass er bei mir gut aufgehoben ist und dass er sich auf mich verlassen kann aber was hat das mit leinen führigkeit zu tun ganz viel enorm viel ein hund sieht nur an der leine wenn der mensch ihn lässt ich möchte dass eiko nicht mehr an der leine zieht sondern dass er er mit mir gemeinsam in harmonie unterwegs ist das baue ich gerade im ersten schritt auf heißt erster schritt beziehung aufbauen wenn ein hund so extrem an der leine zieht wie der eiko eben dann besorgt euch bitte ein geschirr bei mir und eiko ist es jetzt so dass ich ihn jetzt so weit bringen werde dass ich für ihn kein geschirr brauche weil ich haben möchte dass ich ihn gleich im zwei finger system führe ob mir das gelingt mal sehen ich bin auch schon bei meinen coachings echt an die grenzen gekommen auch mit meinen runden war es immer eine aufgabe meine gute energie auf die runde zu übertragen ich weiß auf jeden fall jetzt schon eins mir ist gelungen dass eiko sich mir anpasst das machte er aber nicht weil ich ihm gesagt habe er soll zu mir kommen ich habe kein einziges mal zu ihm gesagt er soll zu mir kommen er soll sich hinsetzen er soll sich hierhin stellen nein ich begegne ihm mit meiner ausgeglichenheit und jetzt versuche ich mal euch zu zeigen was wichtig ist dass der hund aufhört an der leine zu ziehen mein neuer online kurs der harmonische spaziergang ist ab sofort verfügbar hast du auch probleme bei deinem spaziergang zieht dein hund an der leine ist er schlecht abrufbar oder pöbelt er ständig mit artgenossen rum dann bist du bei meinem neuen kurs genau richtig schau einfach hier unten in der video beschreibung dort findest du mehr informationen über meinen neuen kurs und jetzt geht es weiter mit dem video achtet jetzt mal auf meine körpersprache Achtung die leine hängt durch ich bin entspannt und gleich kommt mein erstes signal psst ich lade den hund ein gemeinsam hey mit mir unterwegs zu sein ich baue richtungswechsel ein setze leise signale und der hund ist bei mir habt ihr gesehen wie er darauf reagiert jetzt merkt ihr er fährt ein bisschen hoch was mache ich bringe ruhe rein sprecht in solchen situationen bitte nicht mit eurem hund und textet ihn zu und sagt setz dich hin wartet ab wartet ab seht ihr wie schön ihr die beziehung wieder sucht lasst euch nicht anstecken wenn der hund euch jetzt auffordert los lass uns weiter gehen lass uns weiter gehen komm wir spielen noch ein bisschen bremst ihn aber bremst euch lasst euch bitte nicht anstecken weil wenn ihr euch jetzt anstecken lassen geht los dann wird der hund wieder ziehen das wollte er ja nicht er wollte ja ruhe beim spaziergang wenn er an der leine ist man kann auch an der leine miteinander spielen und toben und irgendwelche versteckspiele machen wunderbar aber ich möchte dass die leine durch hängt ich zeige es euch noch einmal wie bekomme ich den hund dazu dass er sich mehr auf mich konzentriert als auf die außenwelt der eiko hat jetzt gerade da hinten eine katze laufen sehen das ist natürlich spannend spannender als ihr in dem fall als ich ich brauche jetzt wieder meine gute energie dass sich der hund auf mich konzentriert und das mache ich wieder über Signal nicht ungeduldig werden ihr seht er ist da hinten beschäftigt er weiß dass ich die Beziehung zu ihm aufbauen möchte das sieht man an der Körpersprache er wedelt mit der Rute er spürt dass ich da bin aber der Außenreiz ist so groß dass er sagt boah ich muss jetzt da hinten checken und gucken und machen seid bitte nicht ungeduldig reißt nicht am Halsband seid nicht streng sondern übt euch in eurer ausgeglichenheit das ist eine Prüfung für euch da braucht ihr echt viel Ruhe und die nötige Konsequenz super Schatz fein fein toll machst du das auch nicht so durchwuscheln toll machst du das toll machst du das in der Runze ja toll mache ich das toll mache ich das Ruhe reinbringen an der Leine bitte Ruhe reinbringen seht ihr das was er macht er nimmt seine Umgebung mit der Nase wahr wenn ihr draußen unterwegs seid und riecht irgendwo eine Pommesbude dann nehmt ihr eure Umgebung mit der Nase wahr dass ihr dann bei eurem Partner an der Leine ziehen würdet weil ihr sagt Pommes ist doch nicht verwunderlich also muss euer Partner sich etwas einfallen lassen um euch von der Pommesbude wegzubringen und das ist genau so könnt ihr euch das bildlich vorstellen er riecht diese Pommesbude in seinem Fall die Bratwuchsbude und du sagst ihm nein das riechst du gar nicht ich guck mal wie toll ich bin ich bin so interessant ich hab dich ja an der Leine und ich bin doch dein Mensch und du musst doch jetzt mir folgen der Hund nimmt die Außenwelt ganz anders wahr als ihr schaut mal und dann lenkt er sich auch schon mal lässt er sich gerne ablenken und dann fängt er wieder an mit dem ziehen jetzt muss ich natürlich was machen und wieder eingreifen jetzt Richtungswechsel, Richtungswechsel tschak, tschak und tschak Grenze und komm seht ihr was? seht ihr was? das hier das mein berüchtigtes Zwei-Finger-System natürlich interessiert er sich auch noch für andere Sachen natürlich interessiere ich mich auch noch für andere Dinge in meinem Leben also ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit rum und sage ich konzentriere mich nur auf eine Person ich konzentriere mich nur auf eine Sache nein, das können wir von unseren Hunden nicht erwarten die Außenwelt kann reizüberflutend sein deshalb habt bitte Verständnis für eure Hunde was mir aber wichtig ist sobald Zug auf die Leine kommt setzt die Signale ein ich mach sowas hier seht ihr? Krippen Grenze setzen und bitte in dem Fall habe ich euch gesagt könnt ihr das Halsband dran lassen während der Hund die ganze Zeit zieht und hat den Druck auf dem Kehlkopf und auf der Halswirbelsäule Geschirr an das ist ein Muss ich hab euch ja gesagt ich versuche dass Eiko nicht mehr zieht und dass er sich auf mich konzentriert und das tut er seht ihr das? ja ne? ja Maus, vergess das nicht nur wieder die Beziehung aufbauen und? Eiko ist ein Retriever und ein Retriever ist ein Jagdhund und ein Jagdhund hat wie alle anderen Hunde auch eine wundervolle Nase mit der er ganz viel wahrnimmt dafür ist er gezüchtet worden wenn ihr jetzt mit einem Hund unterwegs seid der einen enormen Jagdinstinkt hat dann lasst ihn bitte an der Leine gegebenenfalls an der Schleppleine erwartet bitte nicht zu viel von eurem Hund gut so Moment Freund, weiter geht's im Zweifingersystem äh 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 jetzt setze ich die Grenze wenn der Hund nicht mehr aufmerksam ist bringt ihn in die Ruhe aber nicht mit Eiko ich hab dir gesagt das soll sitzen und komm mal jetzt her hier hin Eiko hier hin bla 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 zutexten ist nicht gesund guck mal wie der reagiert wenn man ihn anfasst du machst das toll ich wünschte ich hätte so eine Nase wie du da könnte ich jede Pommesbude riechen die Kilometer weiter entfernt ist kann aber auch anstrengend sein ich finde er macht das ganz klasse und ihr braucht da wirklich ähm kleine Signale für klare Grenzen setzen um dann wieder auch Freiheiten zu geben er ist jetzt ganz viel im Außen unterwegs und trotzdem ist er mit mir ein Stück weit verbunden das allerwichtigste ist Leute dass die Leine durch hängt bitte, bitte, bitte nicht die ganze Zeit Zug auf der Leine jetzt geht er zum Paul zum Kameramann und schlägt ihn da gerade ab Eiko, das hast du super gemacht toll, du bist so toll du machst das so, so super da auch wieder die Grenze reinbringen jetzt nicht 20 Minuten loben weil er drei Sekunden etwas toll gemacht hat oder sowas lustiges gemacht hat da übertreiben wir Menschen es gerne ist so, dass wir unseren Partner auch nicht 25.000 Mal loben wenn er irgendwas super gemacht hat oder wir die ganze Zeit gelobt werden übertreibt es nicht und Hunde sind, dieser Hund ist erwachsen ja, das ist kein Kleinkind mehr der kann ja ganz gut umgehen wenn man ihn auch wie einen erwachsenen Hund behandelt so wie wir als erwachsene Menschen behandelt werden möchten also für die Leinenfürchtigkeit braucht ihr erstens mal eine klare Ausstrahlung ihr müsst richtig souverän aufgestellt sein zweitens setzt bitte klare Signale damit euer Hund auch weiß was ihr überhaupt von ihm wollt baut drittens zwischendurch Richtungswechsel ein und geht in die Hocke zimmer wieder in die Beziehung zu eurem Hund textet ihn nicht zu wuschelt ihn nicht durch bringt Ruhe rein wartet ab seid geduldig und überfordert euren Hund nicht mit euren Ansprüchen euer Hund braucht die Zeit um mit euch in die wundervolle Beziehung zu gehen und dann wird die Leinenführigkeit umso leichter auf der Leinenführigkeit in die Leinenführigkeit in die Leinenführigkeit